Es folgt ein Werbeblock. Es war nämlich letztes Jahr so, wir von Insate Effect organisieren ja diese Veranstaltung und es kam doch tatsächlich in unserem totalen Understatement, das uns auch immer wieder vorgehalten wird oder das wir auch gerne haben, kamen Fragen, wer hat denn diese Veranstaltung organisiert und warum war die kostenlos und wieso. Also wir haben sie gemacht und jetzt dieses Mal haben wir gedacht, machen wir ein bisschen mehr Branding und deshalb gibt es einen ganz kurzen Werbeblock. Informationen über den Gastgeber. Wer sind wir? Viele kennen uns vielleicht schon, wir organisieren und sponsoren die ein oder andere Veranstaltung hier in Nürnberg und es ist auch der ein oder andere Kunde hier. Wir sind ein Entwicklungsteam, entwickeln Apps für unter anderem die Kunden, die jetzt hier gerade so aufkommen, aufgeplöppt sind, entwickeln Mobile-Webseiten, Web-Apps, JavaScript-lastige Geschichten, iPhone, iPad-Apps, Android, Windows 8 und Blackberry 10 und machen da eben nicht nur die Entwicklung, also sind nicht nur ein Team von Entwicklern, sondern machen eben auch die App-Konzeption, also machen uns über den gesamten Prozess Gedanken, vom ersten Touchpoint, wo man mit einer App oder mit einer mobilen Webseite zu tun hat, bis zum fertigen Design. Das Ganze ist in Scrum-Teams organisiert und wir sitzen hier in Gostenhof direkt um die Ecke. Wir sind stark im Bereich Banken und Versicherungen, also Apps für Banken und Versicherungen, machen zum Beispiel die ganzen Apps für die Dativ, für ING-DiBa, für RaboDirect, ErgoDirect ist jetzt gerade neu mit dazugekommen und da freue ich mich, dass da auch viele davon da sind. Dann im M-Commerce-Bereich machen wir O2, die gesamten Shops für die Geschichten und Mobility-Apps ist so der Teil, den wir auch zunehmend und immer stärker abdecken, weil wir sehen, dass da sehr viel Potenzial ist. Da haben wir auch schon was für die DB gemacht oder für den VGN. Und jetzt geht es auch so langsam an den Ende zu. Wir sind ein Team von 20 Leuten, knapp 20 Mitarbeitern und wir suchen Leute, um unser Team weiter zu verstärken, weil wir wollen auch weiter wachsen. Der Markt wächst und wir haben viele super Ideen und wenn sich jemand hier findet als JavaScript-Gott, als Scrum-Team-Player, Product-Owner, Projekt-Visionär, als jemand, der Rails programmiert, iOS ein Fable dafür hat und richtig gut ist oder Mobile-Design-Leute, bitte einfach bei uns melden. Wir haben da unten eigentlich auch einen Stand heute. Der Stand hat aber in unserem Understatement wieder mal überhaupt nicht funktioniert. unser Kunde Ergo-Direkt hat den vollkommen eingenommen und die trinken dort ihr Bier. Also gut, einfach zu mir kommen, wenn ihr Interesse habt. Und jetzt ist der Werbeblock auch schon vorbei. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020